Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Metten NFL 25. Der Football Simulator. Hope you're having a great holiday season. We've got some football coming your way. Yeah, I think we've got some exciting football coming your way. Enjoy the holidays and enjoy this game today. We'll go now to the third member of our broadcast team, Danielle Bellini, down on the sidelines with more on today's game. Thanks, guys. As you both know, history is a big part of every divisional matchup in the NFL. So even though there's a lot of roster turnover year to year in the league, both sides here today still recognize that any divisional game rackets up the passion on the field. And, guys, today should be no different. So expect a very physical game back to you. Danielle, thank you very much. Tag, ihr da sind Bären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Madden NFL 25. Ich versuche jetzt gerade in der vierten Episode nochmal mein Glück mit einem Match, nachdem ich ein bisschen trainiert habe zuletzt. Gucken wir mal, ob das was wird. Der Kick war jedenfalls schon ziemlich weit. Aber, jetzt haben wir ihn erstmal umgehauen. Ja, beim ersten Match, das ich gemacht habe, in Folge 1, habe ich ja durch Glück sieben Punkte gemacht. Also einen Touchdown und einen Zusatzkick verwandelt. Und jetzt bin ich hier in der Abwehr. Ich bin orange, also quasi Müllmannfarben. Und die Weißen greifen an und die Weißen haue ich jetzt erstmal um. Ja, beim Training habe ich so ein bisschen mitbekommen, wie man sprintet und irgendwelche Tricks anwendet. Also, es ging eigentlich da nur um die Offensive. Defensive habe ich keinen blassen Schimmer nach wie vor. Aber das machen meine Jungs ja auch irgendwie, ne. Ich kann hier wechseln zwischen den einzelnen Spielern mit Taste B, aber... Keine Ahnung, was das bringt. Oh, kacke, der war total frei, ey. Ja, und jetzt hat er wieder einen First Down. Kack, Dreck aus der Misthülle. Das sieht schon ganz lecker aus, also gerade auch bei den Zeitdrucken. Ja, jetzt hat er wieder einen First, also jetzt hat er wieder alle Möglichkeiten der Collegegegner. Das hat jetzt nur ein Yard gebracht. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber ich glaube, die Reporter, die machen das schon ganz gut. Das klingt ganz ordentlich, ganz realistisch. Haut ihn um! Sehr gut. Kann das sein, dass die irgendeinen Deal mit Snickers haben? Ich weiß nicht, kommt mir irgendwie fast ein bisschen zuvor. So, jetzt der Dritte und wenn ich das jetzt noch irgendwie einigermaßen abwehren kann, dann komme ich endlich in Angriff. Und dann kann ich vielleicht mal ausprobieren, was ich gelernt habe. Haut ihn um! Oh, scheiße! Das war so knapp. Ach, komm! Ach, Dreck! Ja, also, ähm... Die blöden Penner, die bleiben weiter im Angriff und ich kann schauen, ob ich klarkomme. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Moment! Der Sipska ist ja ein ganz schön dicker Mann. Der Bergstrom, der ist bestimmte Verteidiger. Oder sind das jetzt alles Verteidiger? Also, ich, 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 ich kenne mich mit den Positionen nicht aus, deswegen. Am besten ich halt einfach die Fresse. Und zwischendurch muss ich mal die Taste drücken, das hatte ich jetzt gerade schon fast wieder vergessen. Komm, hau das weg! Jawohl! Konterschance! Komm! Oh! Ja, jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, in die andere Richtung zu laufen, das habe ich leider nicht geschafft, weil er mich noch umgeschmissen hat, aber ich habe den Ball. Das heißt, ich bin jetzt im Angriff und jetzt weiß ich, ich kann da mit den Tasten A, Y, R, B, X, B irgendwo hinpassen. Zum Beispiel hier hin. Das war doch schon mal nicht schlecht. Genau, First Down und Ten, das heißt, ich bin wieder ganz, ich bin ganz gut gestartet hier. Und ich tippe das einfach nur an und dann hoffe ich, dass es irgendwie ankommt. So, gucken wir mal. Hold RT to C Play Art. Also, pff, da kenne ich mich eh nicht aus mit. Komm, vergiss das. Einfach weg! Baby, lauf! Also, ich finde, man sieht schon, dass ich das jetzt ein bisschen geübt habe. Ich bin jetzt tatsächlich weitergekommen. Ich meine, beim ersten Match habe ich zwar sieben Punkte gemacht, aber das war echt Dusel ohne Ende. Und das waren jetzt Pässe, die ich wirklich so gewollt habe, ja. Das war jetzt kein Zufall. Und ich bin schon wieder beim First Down und Ten. So können wir weiter machen, Freunde, hier. Los geht's! X ist frei, komm, Scheiße! Okay, da hatte ich jetzt Glück, weil er den nicht gefangen hat. Wenn er den gefangen hätte, dann hätte ich mir einen mordsmäßigen Mörder-Konter eingefangen. Und das wäre natürlich ein bisschen semi-optimal gewesen. So, jetzt bin ich natürlich bei Second Down and Ten. Hat er, hat er, hat er! Okay, jetzt muss ich aber drei Yards noch holen, damit ich wieder beim Anfang bin. So langsam checke ich das so ein bisschen, zumindest was das Passen angeht. Okay, ähm, ich versuche mich nicht vorher zu entscheiden, wo ich hinwerfen will, sondern ich schaue immer mal ein bisschen. Ich versuche zu gucken. Ja, ist gut. Okay. Komm, du bist doch frei! Scheiße! So, und jetzt ist die Frage, ähm, jetzt ist das vierte Down und drei. Ähm, ich versuche das jetzt zu knacken, komm, ich hab nichts zu verlieren. Ich versuche jetzt das noch mal mit Passspiel. Normalerweise müsste ich jetzt wegkicken. Ich weiß nicht, ob die beim, äh, professionellen Football jetzt bei drei Yards das machen würden, aber ich mach's jetzt einfach. Wird schon irgendwie gut gehen. Scheiße! Scheiße, Scheiße! Doch, ich hab's! Oder? Moment. Oder wechselt jetzt. Ich glaube, ich hab's doch nicht. Der beißt schon vor lauter Wut da in den Planer rein, oder was? Äh, ja, okay. Das First Down and Ten bezog sich jetzt leider auf den Gegner. Verdammt! Ich bin jetzt wieder in der Abwehr. Von der ich überhaupt keine Ahnung hab. Hier ist der Handoff, der Darren McFadden. Das war nicht schlecht. Das war jetzt nur zwei Yards Raumgewinn. Also ich verstehe das nach wie vor erst rudimentär, aber, ähm, man merkt dann schon, dass man so ein bisschen mitgeht. 45 Minuten, um zu gehen. Back after this word from your local station. So, Freunde. Haut sie einfach auf die Schnauze! Das war gut. Jetzt haben sie den dritten Versuch und müssen sechs Yards schaffen. Das ist nicht unbedingt so einfach. Was ist das denn überhaupt alles? Ich hab keine Ahnung. Sehr gut! Sehr gut! Ich hab den, äh, blöden Penner hier getackt. Den, äh, Quarterback. Jetzt versuchen sie sich mit dem Kick zu befreien, ne? Steht immer noch 0 zu 0. Kann ich da irgendwie hochspringen eigentlich? So, jetzt, äh, hab ich gleich den Ball und ich muss rennen wie eine Sau. Ja, super! Scheiße! Okay, den ersten hab ich noch austanzen können. Ich muss, äh, jetzt hätt ich natürlich dran denken können, dass ich irgendwelche Special Moves mache, aber das, äh, ist ja dann wohl doch ein bisschen zu viel verlangt hier. Ich, äh, bin ja, wie gesagt, noch Anfänger. Was? Aha, nochmal! Äh, ich war im Upside als Verteidigermannschaft. Wie geht das denn? Ich hab keine Ahnung. Dieser Sport ist, äh, mir immer noch fremd. Jetzt hab ich sogar versucht, mich zu drehen. Es ist nicht geglückt. Aber jetzt bin ich in der Offensive und wir haben ja jetzt noch, äh, vom Let's Play her noch 5 Minuten. Ich weiß, kann ich da doch noch was reißen. Also, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und dann sieht man so langsam, wo die Leute freistehen. Beispiel hier. Das war gut! Das war super! Es war natürlich auch ein bisschen Glück. Das hätte auch ganz übel schief gehen können. Diese ganzen Pfeile, die machen mich total kirre, ey. Schaut euch das mal an, ey. Das ist ja, wie wenn du Drogen nimmst. Also, ich hab das nur gehört, dass es so ist mit Drogen. Ich kenn mich nicht aus mit Drogen. Nein, 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 nein. Jetzt hätte ich rennen müssen, ich blöd Kopf, ne? Ach, ne, komm. Du hast mich verletzt. Oh Gott, jetzt hab ich den, äh, den zweiten Versuch und ich muss 15 Yards schaffen. Scheißendreck, ey. Wie macht das denn jetzt? Der da, der kommt, der kommt an! Nein! Scheiße. Okay, was lernen wir draus? Es war irgendwie besser, als ich noch nichts gewusst habe. Jetzt, äh, hab ich das Denken angefangen und schon läuft's nicht mehr. Dritter Versuch und 15, ey. Jetzt muss aber mal was gehen hier. Blöde Kacke. Hoch! Ja, ja, nein! Ach, komm! Scheißendreck aus der Misthölle. War doch gut, oder? So vom Versuch her. Wenn ich gewusst hätte, dass es ein Mädchen ist, dann hätte ich nicht zu ihm gepasst. Kann ich mal fangen, ey. Scheiße. Okay, ähm, jetzt müssen wir das Ding wegkicken, ne? Kicken wir jetzt einfach mal weg hier. Das Teil. Ich muss den rechten Stick nach unten. Ich versuche ein bisschen da rüber. Ja, und dann habe ich möglichst viel Power und dann haue ich das Ding da weg. Jetzt hat er den aufgefangen. Das ist doch kacke, oder? Ich glaube, ich hätte jetzt irgendwie auswechseln können, sollen, müssen, aber... Puh! Freunde, ich haue euch alle um! Kacke, schmeiß den doch um! Das waren jetzt 5 Yards Raumgewinn. Das war quasi die Hälfte. Das war schon leider gut, muss ich sagen. Ich bin noch ein Rookie. Kann mir bitte einer den umschmeißen hier? Ah! Ich bin durchgebrochen. Habt ihr das gesehen? Das war gut, oder? War das gut? Das war gut, glaube ich. Ich bin immer noch in der Abwehr. Dritter Versuch. Dritter Anlauf quasi. Scheiße, jetzt hat er da... Ja, sehr gut! Ja! Einen Sack und zwei Technics. Was ist denn ein Sack? Habe ich den jetzt in den Sack gehauen? Okay, nur noch zwei Minuten. So, Leute, ich sag's euch. Ich bin jetzt wieder im Angriff. Das heißt, ich muss jetzt erstmal rennen. Den hat er aufgehalten. Sehr schön. Habt ihr gesehen? Ich hab die Körperdrehung gemacht. Aber es hat nichts gebracht. Aber gereimt hat sich das, ne? Immerhin. So, und jetzt bin ich nochmal im Angriff hier. Zum Abschied, würde ich sagen. Das machen wir jetzt noch. Den Angriffsabschnitt hier, den nehmen wir noch mit auf. So, jetzt hab ich geguckt, geguckt, geguckt und dann kam irgend so ein weißer, blöder Penner und hat mich umgehauen. Was zur Folge hat, dass ich jetzt im zweiten Versuch schon 14 überwinden muss. 14 Yards. Also, da muss man erstmal ein Auge dafür kriegen. Das ist gar nicht einfach, wenn man das noch nie gespielt hat, so in dem Sinn. Aber ich bin schon ein Sportspiel-Fan. Also, ich find's schon nicht schlecht. Es macht schon ein bisschen Spaß. Auch wenn ich nicht wirklich einen Plan hab. Scheiße, das war total beschissen. Ja, was soll ich sagen? Jetzt sind wir dann doch am Ende dieser Folge und in der ersten, als ich gespielt habe und noch keinen Plan hatte, hab ich 7-0 geführt. Hier kacke ich grad ab. Komisch eigentlich, aber das ist auch ein bisschen Glückssache. Also, wenn's euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich werd jetzt hier noch einen Versuch starten. Ganz kurz. Und dann gucken wir mal, wenn das gut ankommt, würde ich das vielleicht sogar weiterspielen. Das war gut. Das war gut. First down and ten. Jetzt brech ich nicht ab. Nee, nee, komm. Das machen wir jetzt noch zu Ende hier. Diese Offensivphase möchte ich nochmal zu Ende spielen jetzt. Ich glaub, da habt ihr auch nichts dagegen, oder? Warum hat der eigentlich den Kopfhörer da gar nicht auf dem Ohr da? Ist das irgendein moderner Kopfhörer, den ich, alter Mann, nicht kenne, oder was? Sind nur noch 1,17? Ich versuch jetzt mal auf den Thomas zu werfen. Der hat so ausgesehen, als ob er wüsste, wo er hin will. Ja, 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 ja. Yippie, ja, yay. Touchdown. Das ist das perfekte Ende, Leute. Das musste ein Like geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sag an der Stelle Ciao, ciao, bye, bye. Äh, das war jetzt geil. Ich bin weg. süß. Tschüss. laughter